für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren jetzt unter diesem Tagesordnungspunkt die Umsetzung des Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Erweiterung jugendrichterlicher Handlungsmöglichkeiten. Da fragt man sich, was hat das eine mit dem anderen zu tun, dass man es in einem Tagesordnungspunkt behandeln muss. Nun ja, das ist ganz einfach. Beide Gesetze sind ein Beleg für eine repressive, populistische und an den Stammtischen orientierte Rechtspolitik. Das kann man dann auch an einem Tagesordnungspunkt behandeln. Ich will mal anfangen mit der Debatte zur Erweiterung jugendrichterlicher Handlungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt Warnschussarrest. In der Debatte zum Thema Warnschussarrest hat mein Kollege Wunderlich alles Richtige gesagt. Nun kann man ja sagen, okay, wir folgen dem Kollegen Wunderlich nicht. Aber was man machen könnte, wäre, die Schlussfolgerung aus der Anhörung zu ziehen. Und in der Anhörung, es ist hier schon gesagt worden, gab es kein wissenschaftlich fundiertes Argument, nicht ein einziges wissenschaftlich fundiertes Argument für die Einführung des Warnschussarrestes. Was wir gehabt haben, waren Praktiker, die gesagt haben, aus unserer Praxis heraus wünschen wir uns, dass es mal Warnschussarrest gibt. Punkt. Weil hätten wir jetzt gerne mal. Aber das war's. Es gab kein wissenschaftliches Argument. Und in der Anhörung haben sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgesprochen gegen die Hochsetzung der Höchststrafe und gegen den Warnschussarrest. Das, was Sie machen mit diesem Gesetz, ist, Sie ignorieren die Anhörung, Sie ignorieren die Aussage von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wenn Ihnen das nicht genügt, dann zitiere ich jetzt an dieser Stelle noch mal Christian Pfeiffer. Das ist durchaus eine Koryphäe in dem Bereich. Der spricht davon, dass beim Warnschussarrest bis zu 70 Prozent Rückfallwahrscheinlichkeit geschieht. Also 70 Prozent derjenigen, die Sie in den Warnschussarrest stecken oder den Sie in den Arrest stecken, kommt als Straftäter wieder raus. Das heißt, Sie produzieren weiter Straftäterinnen als etwas zu tun gegen Straftaten. Kommen wir zum Gesetz zur Umsetzung des Abstandsgebots im Recht der Sicherungsverwahrung. Vielleicht muss man doch mal sagen, worum geht es eigentlich bei der Sicherungsverwahrung. Bei der Sicherungsverwahrung geht es darum, dass Straftäterinnen und Straftäter, die für ihre Tat bereits Freiheitsstrafe verbüßt haben und damit für die Tat auch gebüßt haben, aufgrund einer Prognose, einer Gefährlichkeitsprognose, präventiv weiter im Knast einsitzen. Und deswegen, ich sage bewusst im Knast, ich sage bewusst im Knast, weil Sicherungsverwahrung ist am Ende auch Freiheitsentzug. Und demjenigen, der einsetzt, ist es egal, ob es eine Therapieunterbringungsanstalt ist oder ob es ein Knast ist. Deswegen wiederhole ich noch mal für die Linke, die Linke lehnt das Institut der Sicherungsverwahrung ab. Und deswegen, deswegen haben wir eine Expertenkommission vorgeschlagen, eine Expertenkommission aus Praktikerinnen, aus Gesellschaftswissenschaftlern, aus Straf-, Polizei- und Verfassungsrechtlern, aus Kriminologen, Psychiatern, Psychologen und natürlich auch Vertretern von Opferverbänden, die sachlich, und zwar im Rahmen dieses Expertenstatus, überhaupt mal darüber diskutieren wollen, ob wir das Institut Sicherungsverwahrung überhaupt brauchen. Und dass eine Versachlichung der Debatte zum Thema Sicherungsverwahrung notwendig ist, das zeigen doch aktuelle Vorgänge. Ich möchte Sie noch mal daran erinnern, und ich finde das sehr zu begrüßen, dass der gesamte Landtag Sachsen-Anhalt letztes Wochenende nach Insel gefahren ist. Insel ist ein Ort in Sachsen-Anhalt, wo entlassene Sicherungsverwahrte versuchen, ein neues Leben anzufangen und wo es massive Ängste in der Bevölkerung gibt und die Versuche gibt, dass die Entlassenen dort wieder verschwinden. Und da muss man mal sagen, man muss die Ernste der Bevölkerung ernst nehmen. Man darf sie aber nicht übernehmen, sondern man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Ich will im Rahmen der Debatte um die Sicherungsverwahrung auf zwei Dinge noch einmal sehr deutlich hinweisen. Und das wissen Sie alle, und Herr Heveling hat es in der letzten Debatte auch noch einmal gesagt. In einer offenen Gesellschaft gibt es keine absolute Sicherheit. Wir wissen, jede Straftat, jedes Opfer ist eines zu viel. Aber wir dürfen nicht suggerieren, als gäbe es ein Mittel, das verhindert, dass überhaupt Straftaten begangen werden. Das ist eine Grundannahme, und das müssen wir immer wieder betonen. Und das Zweite ist, die Ursachen für die Entstehung von Kriminalität sind so vielfältig, so umfassend, dass eine sichere Prognose, und auf das Wort sicher kommt es in diesem Zusammenhang an, eine sichere Prognose darüber, dass weitere Straftaten begangen werden, einfach nicht möglich ist. Und deswegen bleibt es dabei, dass die Sicherungsverwahrung eine präventive Sicherungshaft ist, die nichts mehr mit der Schuld des Täters zu tun hat. Jetzt haben wir ein Gesetz, und das Gesetz versucht, das will ich ja zugestehen, den Spagat zwischen ein wenig Versachlichung der Debatte und Beibehaltung von Populismus. Es ist richtig, und es ist zu begrüßen, dass der Anspruch besteht, dass die Unterbringung einer individuellen und intensiven Betreuung bedarf. Es ist richtig und unterstützenswert, dass ein Rechtsanspruch auf Therapie zumindest wird ja angedeutet. Und es ist richtig, dass eine Entlassung durch die Gerichte dann ansteht, wenn keine angemessene Betreuung stattfindet. Das ist zu begrüßen. Was aber völlig absurd ist, aus unserer Sicht, ist, dass die Sicherungsverwahrung auf das Jugendstrafrecht ausgedehnt wird. Da muss man sich einfach mal fragen, gibt es denn irgendwie noch ein Verständnis davon, was Erziehungsgedanke im Jugendrecht bedeutet und dass dem Entwicklungsstand entsprechende Reaktionen erfolgen sollen. Und es ist völlig absurd, weiterhin den breiten Kreis der Anlassstraftaten zu haben. Die Kollegin Lambrecht hat darauf hingewiesen, was hier alles möglich ist. Es ist ausdrücklich nur zu unterstützen, was sie gesagt hat. Ich will dann aber die kleine Fußnote durchaus nicht unerwähnt lassen, dass auch die SPD dem Gesetzentwurf mit diesen riesigen Anlassstraftaten damals zugestimmt hat. Kurz und gut, das Gesetz bleibt trotz weniger guter Ansätze schlecht. Aber es kann auch nur schlecht sein, weil es sich um die Umsetzung eines noch schlechteren Gesetzes kümmert. Was wir statt solcher Gesetze brauchen, ist eine Offensive für eine rationale Kriminalpolitik, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert und nicht an Stammtischparolen. Dazu leistet der Gesetzentwurf alles in allem keinen Beitrag.